Wann könnt ihr eigentlich mit Blorodor-Test Geld sparen und wann sind sie gesetzlich vorgeschrieben? Genau das erfahrt ihr in meinem Online-Seminar und nach welcher Norm eigentlich gemessen werden muss. Seit das GEG da ist, gibt es einige Verwirrung, denn eigentlich gilt die neue Blorodor-Norm, aber es wird ja auch noch nach NF gemessen. Und um Bauschäden zu vermeiden, lohnt es sich eigentlich freiwillig zu messen. Ich zeige euch, wie es geht. Und das alles erfahrt ihr im kostenfreien ProKlima Online-Seminar, also meldet euch einfach an. 45 Minuten, richtig guter Input. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr immer auf den Laufenden bleiben wollt, Praxistipps, Online-Seminare und richtig gutes Fachwissen, dann abonniert unser Newsletter proklima.de slash news. Und folgt uns auf Social Media.